Hallo ihr Lieben, es ist Mittwoch, Fitnessquickietag, also ein kurzer Input an sportlicher Bewegung für den Alltag. Auch für die, die sagen, boah, volle Woche, ich schaffe nichts unterzubringen, diese fünf bis sieben Minuten kriegt ihr locker hin. Ansonsten, weil es das erste Video zu dem Thema ist, Fitnessquickies sind nicht wirklich für Anfänger geeignet. Wenn ihr ganz frisch dazukommt, bitte ackert euch erstmal durch unsere Anfänger-Workouts durch. Das schafft ihr, ihr seid in einem Monat durch und dann könnt ihr gerne hier dazukommen. Aber dass ihr Grundlagenmuskulatur aufbaut und ein bisschen auch wisst, wie die ganzen Videos funktionieren und die Übungen. Also, ha, Moment. Ich bin wieder da. Ich glaube, der Huckel ist mit mir, oder? Hab's. Wir gehen nach Wort. Eine Minute Erwärmung. Ein bisschen mobilisieren, einfach nur ein bisschen, um den Puls hochzukriegen. Gelenke und Muskeln nicht ganz aus der Kalten heraus. Zum Anspruch. Werdet größer mit den Bewegungen. Und klar. Wir laufen locker. Ganz entspannt. Ihr solltet hier kein Dauerlaufen legen. Solltet ihr in einem Mehrfamilienhaus leben, ihr könnt auch leise gehen. Wie ein Schmetterling. Nicht wie ein schwerer Schmetterling. Ganz locker. Noch vier. Drei. Zwei. Und gehen ab. Knie gehen. Hoch. Hoch. Hier noch. Ran. 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 Vier. Drei. Zwei. Wir gehen ab. So. Pass auf. Ihr steht. Leicht gebeugte Beine. Bauch fest. Rechtes Bein geht hoch. Hoch. Standbein bleibt bitte gebeugt. Fuß im Ganzen belasten. Wenn ihr richtig Rumpfspannung habt. Das Bauchknöpfchen zur Wirbelsäule zieht. Schön fest im Oberkörper sein. Bekommt ihr das sehr gut mit der Balance hin. Traut euch ein bisschen tiefer zu kommen. Dann spürt ihr schon, dass euer Startbein richtig Action hat. Hoch. 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 Gleichmäßig atmen. Gemüht euch nicht abzusetzen. Und schön bewusst das Bein geben. Also nicht hin und her schlenkern. Wenn ihr anfangt zu schwungvoll zu schlenkern, wird es mit der Balance wieder schwierig. Bauch ist fest. Atmen. Achtung. Und wir gehen schon nach unten. Bein geht hinter. Wir gehen in den Liegestütz. Seid ihr so weit? Ein Liegestütz. Könnt ihr keine Liegestütze? Dann setzt bitte die Knie ab. Und jetzt wandern wir zweimal zur Seite. Und machen wieder einen Liegestütz. Wandern. Und machen einen Liegestütz. Und wandern. Und machen einen Liegestütz. Wach ist fest. Wenn die Kraft nachlässt, dann setzt bitte die Knie ab. Aber beißt euch mit durch. Ihr schafft das. Durchhalten kommt. Jede Übung ist 50 Sekunden. Alles machbar. Nicht abbrechen. Kommt. Und wir kommen nach oben. Es geht fließend. Ihr merkt, ich beschreibe nicht alles zu viel. Wieder leicht in die Knie. Bei mir oder beißt. Das linke Bein geht nach oben. Ich weiß, ihr denkt gerade, das ist doch ihr rechtes. Aber ich denke immer, ich spiegle euch. Standbein gebeugt. Beim Bein, was nach oben gehoben wird. Fußspitze ranziehen. Gleichmäßig atmen. Bauch fest. Kommt. Wenn ihr das hier oben macht, passiert nie ein zu viel. Durchhalten kommt. Schöne, geführte Bewegung. Arbeitet wirklich mit kleinen Bewegungen. Nicht so sehr mit Schwung. Atmen. 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 Kommt. Und bitte nicht absetzen. Kommt. In den 50 Sekunden. Jetzt mal keine Pause machen. Achtung. Bein geht nach hinten. Und wir gehen wieder in den Liegestütz. Action. Liegestütz. Wandern. Liegestütz. Wandern. Wenn die Kraft nachlässt, setzt die Knie ab. Aber hört nicht auf, die Übung zu machen. Durchhalten. Wir sind im Endspurt. Kommt. Durchhalten. Durchhalten. Und locker lassen. Großartig. Kommt nach oben. Sehr, sehr gut gemacht. Durchatmen. Locker die Schultern und die Arme. So. Leicht gehen am Ort. Ihr merkt, es war wirklich eine super kurze Einheit. Ich hoffe, euch ist trotzdem ein bisschen warm geworden. Dieses Fitnessquick soll euch einfach ein bisschen Pepp für den Alltag geben. Ein bisschen Schwung geben. Auch wenn es euch schwer gefallen ist, euch gerade aufzuraffen. Ihr habt jetzt gerade die gesamte Muskulatur schon angespannt. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Abend, morgen, wann auch immer ihr das gemacht habt. Wenn es Spaß gemacht hat, ich freue mich immer über einen Daumen hoch. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020